es ist ein neuer wunderschöner tag es ist ein dienstag ja und wir sind wieder auf der ostersfaltstraße auf dem lippe highway richtung winterberg und in winterberg gibt es den höchsten berg nrw und zwar den langen berg mit 849 metern und das sind knappe 40 oder 50 meter höher als der karl asten ich glaube nur 1,20 meter oder so echt ja okay aber er ist auf jeden fall höher wir werden es nach einmal angucken ob das wirklich nur 1 meter höher ist ja das ist auf jeden fall unser ziel heute ein bisschen als training für unseren alten bekannten den schwuler see ja den wir dieses jahr leider nicht mehr schaffen ja who knows wir gucken mal auf jeden fall training und neue schuhe einlaufen und uns mal den langenberg angucken ja wir sind noch ein bisschen unterwegs wir fahren knappe zwei stunden hätte ich jetzt auch nicht so lange geschätzt aber naja wir sind gespannt was so passiert und hoffen dass sich das wetter hält ist ein bisschen grau draußen aber immerhin nicht mehr so heiß wie die letzten tage ja auf jeden fall okay ab geht's so wir sind angekommen hat hat sich dann doch ein bisschen gezogen weil es halt so eine überlandstrecke ist so die kommt immer so ein bisschen länger vor als wenn man jetzt autobahn fährt oder so ja wetter ist noch ein bisschen grau man guckt hoffen wir mal es bleibt trocken und jetzt haben wir kurz den boxen stamm gemacht trocken würde reichen und ja machen wir doch den weg richtung langenberg so freude ach da ist auch noch jemand es hat gerade ein bisschen geregnet aber zu unserem glück haben wir hier so eine tolle schutzhütte gefunden mit stühlchen machen wir jetzt keine kleine brotzeit und wenn es dann aufgehörter zu nieseln geht es weiter denke ich so sieht es aus das nicht schön ich hoffe es regnet nicht mehr allzu lange sonst geht uns irgendwann das brot aus so freunde besondere situationen erfordern besondere maßnahmen oh ich habe hier eine richtig nice krempe wir haben jetzt hier unsere ponchos ausgepackt unsere expeditions ponchos wir sind ja vorbereitet wir haben noch 200 höhenmeter und naja wir ziehen jetzt einfach durch brauchen wir nicht länger warten weil es ist ja auch lebenszeit aber ist eigentlich schön hier ne also das darf man nicht ja also bei Regen in so einer schutzhütte ist schon lauschig oh knusch mich dummer richtig lauschig ja wir machen jetzt ein bisschen abenteuer wir machen jetzt einfach eine regenwanderung ja aber wir haben jetzt gleich erstmal ein stück im wald so da ist ja eh trocken ich finde es ziemlich lustig okay ab geht's ich bin Untertitelung des ZDF, 2020 So, ich habe noch meinen nice Poncho um, aber der Regen ist weniger geworden oder er hat fast aufgehört. Dafür ist es jetzt schön neblig. Guck mal, wie mystisch das aussieht da hinten. Musst du noch da auch einmal drehen? Achso, ich muss noch hier auch einmal drehen. Ja, guckt mal einer an. Es kann nicht mehr weit sein bis zum Gipfel, ich schätze so 300 Meter, 200 Meter. Und dann wird das der erste von 16 Gipfeln, die wir vielleicht irgendwann mal, bis wir in Rente sind, erwandern. Genau. Ja, ich bin gespannt. Also, der Sinn der 16 Summons ist halt, jeden höchsten Punkt, jedes Bundesland, das zu erwandern. Von Schleswig-Holstein bis zur Zugspitze. Ja, schauen wir mal. Das hier ist Nummer 1. Für uns zumindest. Mal gucken, ob wir es schaffen, finden. Auf geht's. Auf geht's. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Langenberg. Zusammen. High five. High five. Und jetzt? Anfassen. Anfassen. Wuhu. Wui. Langenberg Summit. Super cool. Super cool. So, geschafft. Da ist es unser erstes Gipfelkreuz. Leider hat man hier keine Aussicht. Aber, das würde ihm egal sein. Das ist nämlich so neblich. Und jetzt da. So, ja. Ja, das haben wir eigentlich schon ein Gipfelvideo gemacht. Äh, ich weiß gar nicht. Naja, wenn nicht, dann machen wir es jetzt. Wir sind da. Das ist das Gipfelkreuz Langenberg. Höchster Berg in NRW. Wir sind über allen Menschen in NRW gerade. Absolut korrekt. Es hat jetzt doch oft gehört zu regnen. Oh, ich sehe da gerade ein Lächeln. Sehr nice. Jetzt machen wir uns wieder zurück auf den Rückweg. Wir waren jetzt anderthalb Stunden. Ja, mit unserer höchsten Regenpause. Anderthalb Stunden unterwegs. Für 333 Höhenmeter. Ähm, ja. 333 Höhenmeter. Und jetzt, ja. Versuchen wir wieder heile unten anzukommen. Ich hoffe, es ist nicht zu matschig, dass wir irgendwie noch abrutschen. Oder so. Naja, aber auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ja. So sieht es aus auf dem Langenberg. Tja, wo ist denn hier der Weg? Wir sagen da. Er ist schon relativ steil. Gucken wir mal, ob wir das schaffen bei dem nassen Boden. Ansonsten gibt es hier gleich eine Rutschpartie. Das ist natürlich wieder so, was auf dem Video dann nicht wirkt. Dass es so steil ist. Aber vielleicht sieht man das im Vergleich zu den Bäumen. Das geht hier schon ganz schön runter. So. So, Freunde. Wir sind jetzt fast schon wieder am Auto. Nach, was habe ich jetzt gerade gesagt? Zwei Stunden reine Gehzeit. Zwei Stunden reine Gehzeit. Sieben Kilometer. Sieben Kilometer Entfernung. Und was hat man gesagt? 333 Höhenmeter hoch. Und 333 Höhenmeter runter. Ja, Aussieht war nicht so gut. Wir müssen kurz an die Seite gehen. Ich glaube, da kommt der Maut. Aussieht war natürlich nicht so gut. Aber das wussten wir, weil der Gipfel sowieso. Ja, weil da Bäume stehen. Der Gipfel ist halt im Wald. Und da kann man nicht so schön ins Tal schauen. Nichtsdestotrotz haben wir es geschafft. Und eins von 16. Eins von 16. Alles klar. Die nächsten kommen auch noch. Tschüss. Ja. Vielen Dank.